Nordlar, ein abweisendes, karges, kaltes Stück Land im hohen Norden und doch hart umkämpft zwischen den Clans und den Orks. Und auch wenn die Clans den Orks in Zahlenmäßigkeit unterliegen, so machen ihre Kenntnisse des Landes und ihre hervorragenden Jagd- und Kampffähigkeiten sie zu ebenbürtigen Gegnern. Denn nicht nur die Tiere sind ihre Beute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017